They are coming. Es gibt Neues zum Champion Konzept zu Dharma, beziehungsweise es gibt Neues zu einem neuen Champion, zu dem neuen Champion. Auf dem PBE kam wieder ein Update und es sind neue Dateien außerdem aufgetaucht. Es sind wieder mehrere Dateien mit dem Titel They are coming aufgetaucht. Die tragen jetzt zum Beispiel den Titel They are coming Base Promo Mask. Und diese Promo Mask seht ihr jetzt mal hier. Das sind Masken, die als Bild reingepatcht wurden in dieser Datei, aber die werdet ihr auch bald ingame sehen, beziehungsweise könnt ihr sie auf dem PBE schon ingame sehen. Außerdem gibt es noch eine Datei, die heißt Kindred Base Death Avatar, aber darauf kommen wir später nochmal zurück. Wir wollen jetzt kurz mal auf alles, was hier gerade passiert, ich bin ein bisschen überwältigt, kurz darauf eingehen. Und ja, wollen wir damit einfach mal mit Masken anfangen. Diese Masken tauchen jetzt gerade auf dem PBE ingame auf. Ab und zu, wenn ein Champion stirbt, dann kommt so eine Maske über euch, eine von den beiden. Und ja, das sieht dann ungefähr so aus. Oder so, oder so in Videoform. So. Genau, das sind schon mal diese beiden Masken. Und diese beiden Masken sind betitelt mit Wolf und Lamm. Also Lamm und Wolf steht in den Dateien dazu. Sieht ja auch schon so ein bisschen so aus, ne? Das Weiße ist so ein rötiges Lamm und das Schwarze ist so ein böser Wolf, ne? Und jetzt kommen wir zum wirklich spannenden Teil an der ganzen Sache. Nämlich, in dem Champion-Konzept zu Dharma, in dem Riot-Forum, hat ein Riot-Mitarbeiter, und zwar Riot Iniquity... Q-i-T? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Zumindest hat er jetzt kurz nachdem das PBE-Update kam, nochmal etwas sehr Interessantes unter dieses Champion-Konzept geschrieben. Und zwar sagt er, ja, diese Masken teasen einen neuen Champion an. Und er unterstützt seinen Satz sogar noch mit dem Wort dann Confirmed, Ausrufezeichen. Das heißt, der neue Champion hat was mit diesen Masken zu tun. Könnte sogar diese Masken sein. Wer weiß, ne? Und, ja. Des Weiteren sagt er, dass Dharma, dass dieses Konzept von Dharma, was wir in dem letzten Video hier behandelt haben, definitiv eine direkte Inspiration zu diesem Champion war. Allerdings, das erste Konzept zu diesem Champion wurde am 26. Januar diesen Jahres bereits entworfen. Das heißt, das Ganze wurde dann nochmal so ein bisschen angespornt oder halt, ja, angekurbelt und vielleicht nochmal ein bisschen aufgehübscht oder verfeinert oder in eine andere Richtung vielleicht oder genau in die gleiche Richtung, nur besser durch das Champion-Konzept von Dharma geführt. Er sagt allerdings auch noch, dass Riot sich sehr gerne inspirieren lässt, dass Riot viele Inspirationen sammelt und dass Riot trotzdem, trotz alledem versucht, einzigartige Champions zu erschaffen. Das heißt, sie versuchen sich aus der ganzen Medienwelt und was auch immer und ihren Foren Inspirationen zu sammeln und dann einen einzigartigen Champion zu erschaffen. Eine neue Idee, etwas, was es so noch nicht direkt vielleicht gab. Das ist der Plan. Und deswegen wird es also wahrscheinlich Dharma in dieser Form, wie es in dem Konzept steht, nicht geben. Aber das Ganze ist ja inspiriert. Und deswegen wollen wir uns einfach mal anschauen, was könnte denn die Sachen sein, wo sich Riot hat inspirieren lassen. Ich meine, wir haben ja schon die Form der Masken oder dieses Schwarz und Weiß. Wir wollen aber mal drauf schauen, wie könnte das Ganze aussehen. Das sind natürlich alles nur Spekulationen und ihr dürft gerne mitspekulieren. Und ich fange einfach mal an damit, dass wir einfach mal auf diese Masken eingehen wollen und anfangen wollen mit der weißen Maske und zwar dem Lamm. Das Lamm steht ja hierbei für Leben. Ein Lamm ist unschuldig und Leben und bla. Das weiße Lamm steht hier für Leben. Und da, also die weiße Hälfte von Dharma, ist ja auch laut Konzept der supportende Teil dieses Champions. Er hat Heilfähigkeiten oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, er hat definitiv Support-Charakter. Was halt zu diesem Schaf wieder passen würde, zu diesem Lamm. Und außerdem schauen wir doch mal einfach auf die Form der Maske. Das Ganze ist so ein bisschen ründlich und da an sich ist ja auch in den ganzen Konzeptzeichnungen eher ründlich. Klar sind beide im Endeffekt so ein bisschen schon, sind halt ründliche kleine Viecher da gewesen. Aber da ist doch schon eher ründlicher und ein bisschen weicher als Ma es aussieht. Deswegen könnten wir sagen, dass schon mal da eine Inspiration für das Schaf war, für das Lamm. Und wahrscheinlich dann auch, dass Lamm vielleicht diesen lebensspendenden, heilbringenden, supportenden Charakter haben könnte. Und des Weiteren schauen wir dann einfach mal auf die schwarze Hälfte, auf den Wolf. Klar dann da die Verbindung zu Ma, also der schwarzen Hälfte von Dharma. Die in diesem Falle der Damage-Dealer ist, der schadensbringende Teil. Und der Wolf steht ja hier eindeutig auch für Tod oder für Schaden. Oder ein Wolf halt, ein böser Wolf. Und dieser Wolf könnte wie gesagt dann, wie auch im Konzept von Dharma, der schadensbringende Teil sein. So ist halt zum Beispiel Ma kann irgendwie sich in eine Axt verwandeln oder kann einen Laser schießen. Macht halt Schaden, ne? So könnte das wahrscheinlich auch der Wolf in diesem Falle tun. Und ja, da können wir einfach mal darauf gespannt sein, was, wie das Ganze sich auswirkt, wie sie sich da inspirieren lassen haben. Und außerdem kommen wir jetzt nochmal dazu, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Kindred. Kindred ist das englische Wort für verwandt, gleichartig. Ja, könnte jetzt noch ein Kindred-Soul oder so, wäre dann Seelenverwandt. Und das deutet also quasi darauf hin, dass wie dieses Konzept von Dharma, dass es möglicherweise ein 2-in-1-Champion sein könnte. Also ein Dual-Champion, der sich irgendwie abwechselt oder so oder eine Einheit bilden soll. So ähnlich wie Quinn mit Vaylor, nur dass es sich diesmal vielleicht wirklich als Einheit anfühlt. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Könnte aber definitiv darauf hindeuten, wie das alles nun weitergeht und was dann kommen wird, werden wir dann erst wahrscheinlich nach den Worlds erfahren. Vielleicht kommt ja vorher noch auf den PBE irgendwelche Patches und irgendwelche weiteren Teaser. Ich weiß es nicht, vielleicht wird diese Maske-Zeug noch ein bisschen erläutert. Ich meine, jetzt hat es auch nur eine Woche gedauert. Also vielleicht dürfen wir schon mit weiteren Infos auf den PBE rechnen. Aber der Champion wird definitiv erst nach den Worlds rauskommen. Und darauf freue ich mich wahnsinnig. Wenn es also weitere Infos gibt, erfahrtet ihr sofort hier. Spekuliert gerne mit. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr könnte passieren? Wie denkt ihr beeinflusst das Dharma-Konzept nun diesen Lamp and Wolf Champion? Oder wird der Champion überhaupt Lamp and Wolf? Oder ist es wirklich nur irgendeine Anspielung? Und was denkt ihr könnte es werden? Ich bin da gespannt auf eure Spekulationen. Ihr dürft gerne mitspekulieren. Ja, ich bin voller Vorfreude auf den neuen Champion. Ich warte auch gerne jetzt ein bisschen und sammle noch ein bisschen Vorfreude. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt und auch gerne mitspekulieren wollt und andere Videos zu ganzen LOL-Theorien und LOL-Stories usw. erfahren wollt, dann abonniert mich doch einfach. Damit macht ihr mir eine Freude und bleibt immer auf den Laufenden. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich sage bis dahin.